Das ist hier eine ganz besondere Geschichte. Für mich gehört Kultur zu den Grundbedürfnissen und zu den Grundausstattungen überhaupt des menschlichen Daseins. Ich war viereinhalb und meine Schwestern waren zwei Jahre, zweieinhalb und ein Jahr. Es gab die Idee, das Haus abzureißen. Das gab es ja mehrfach. Die Region, der Kreis und die Städte haben darüber gelitten. Die Landschaft, dieses traumhafte Fleckchen Erde an der Trabe, finde ich ganz schön. Sie hat eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen im Rahmen der Frauenbewegung. Es lebt sich sehr, sehr gut hier im Kreis Sturmann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017